Der Bauch wird wieder carry'n. Ja ok, dann machen wir Bauch. Gutiger Teufel schreibt rein Bauch. Leute, wir machen Bauch auf Süß. Was? Schon wieder der Bauch! So, mit Backe. Backe, Backe Kuchen. Wir backen legendären Startup. Mit die Scheiße. Wir machen mit der Wade hier. Episch! Come on! Hey Leute und damit auch ein herzliches Willkommen zum weiteren Brawl Stars Video. Und zwar sind wir gerade live und ich mache eine Challenge mit meiner Community. Und zwar darf jeder reinschreiben, mit welchen Körperteile ich einen Startup öffnen soll. Und bei dem, wo ich das ein legendären bekomme, der bekommt von mir einen Brawl Pass Plus im Livestream Chat verschenkt. Ich bin gespannt, wie viele Brawl Pässe wir verlieren und wie viele legendäre Startups wir bekommen. Ich habe den ganzen Trophäenpfad voll mit Startups. Das ist heftig. Natürlich, Leute, der letzte Startup ist ein legendärer. Der zählt nicht dazu. Aber bei dem ich einen legendären Startup bekomme, der bekommt von mir einen Brawl Pass Plus hier im Leistungschat. Und wir werden jetzt der Reihe nach alle öffnen. Und ich werde mir immer einen rauspicken. Und er muss halt seine ID dazu reinschreiben. Also ganz wichtig, Chat, immer zu eurer Sache, mit was ich öffnen soll, die ID reinschreiben, damit ich euch einen Brawl Pass Plus auch geben kann und dass niemand da irgendwas faken kann. Oder Namen ändern und so. Ihr wisst Bescheid. Let's go! Handfläche von blutiger Teufel. Handfläche. Das heißt, wir werden mit der Handfläche da reingehen und versuchen, hier ein legendären Statue zu bekommen. Leider nur selten mit der Handfläche. Conor schreibt rein mit Fuß. Okay, mit Fuß machen wir natürlich. Top! Top! Ah! Nichts, leider. Schade. Das heißt, mit das machen wir jetzt, Leute. Der Brawl wird wieder Carrying. Ja, okay, dann machen wir Brawl. Rufiger Teufel schreibt rein Brawl. Leute, wir machen Brawl aufs Fuß. Was? Schon wieder der Brawl? Was ist das? Schon wieder der Brawl? Ich kann nicht mehr. Was? Blutiger Teufel. Wie? Wie? Schon wieder Brawl. Legende Hilfe. Was ist das, Leute? Was ist das? Der letzte Loch in Legende Hilfe. Wir öffnen. Wir öffnen. Wir öffnen. Wir öffnen. Was kriegen wir, Leute? Was kriegen wir? Ungarn, was gescheiter ist. Auch günstens ja. Und... Full Star Power für Chester. Blutiger Teufel gewinnt den ersten Brawl Pass Plus, im dritten Startup schon, ich bin gespannt wie viel es noch werden. So, Blutiger Teufel, Blutiger Teufel, gewinnt einen PS Plus, dadurch dass ihr einen EFL habt, crazy. Leute, ihr müsst eure ID dazu schreiben, es hilft nichts wenn ihr Nase und so oder irgendwas vorhabt, was bist du für ein Verrückter. Schreibt was Gescheites rein, ich muss es im Stream auch zeigen, mit OR, Thrill, Gabor, nein nicht die ID, ihr müsst mir die ID reinschreiben Leute. Die ID, die Q2GVVYYQ, die brauche ich von euch und da tut ihr bitte dazu schreiben, mit was ich öffnen soll. Dann könnt ihr den Brawl Pass Plus gewinnen, wenn wir einen legendären Startup haben, aber das ist heftig, ich brauche es schon wieder, das ist wirklich heftig. Gabor schreibt rein mit OR. Mit OR öffnen Leute. Episch, auch nicht schlecht, Mund von Sven. Schade Sven, mit Zunge von Luca. Er hat auch nichts. Mach mit Nase Vertrag, okay. Schade, 5 Finger von Elias wieder. Ja, Elias will sein Glück. Uuuuuh, episch mit 5 Fingern, ist crazy. Episch, ich glaube ich habe es nicht gescheit gesagt, aber episch mit 5 Fingern, ist crazy. So, Daumen von Rami Stereo. Oh, episch noch geworden, nicht schlecht hier. Kleiner Finger, okay. Kleiner Finger, wir öffnen. Schade, nur super selten. Ohr von Luca, dann nehmen wir mal das andere Ohr. Schade, Digga. Mit Knie, ich habe Roll Pass Plus schon. Ja, okay. Mit Knie will er. Leider mit Knie. Boah, super selten. Immer nicht was. So, Bauch, Bauch gibt es immer. Bauch gibt es immer. Da kommt immer legendärer, das Ding. Ellbogen, okay. Ellbogen, wir öffnen. Schade. So, Mittelfinger, okay. Mittelfinger ist es auch nicht, Leute. Was gibt es da noch? Kinn, kann man von mir es machen. Ist es nicht. Leute, linker Zeigel, was? Mach mit Bauch, vertrau mir. Nein, wir machen es nicht mehr mit Bauch. Ja, das haben wir aufgebraucht. Bauch haben wir aufgebraucht. Bauch ist das meiste Glück. Haare, mach mit Haare. Müssen wir aber schon so machen. Haare ist es auch nicht. So, mit Backe. Backe, Backe, Kuchen. Wir backen legendären Startup. Mit Tisch. Komm bitte. Komm bitte. Schade, ich bin. Schade, das wäre es gewesen. Das wäre es wirklich gewesen. Schade. Was habt ihr noch? Wade, mit der Wade? So, wir machen mit der Wade hier. Episch. Komm an. Episch. Komm an. Schade, ist so knapp, Dig. Sag einmal Yo, Jonas und dann öffne. Okay. Yo, Jonas. Yo, Jonas. Yo, yo, yo. Mit Nase. Okay, Nase hat mich schon. Leute, ihr müsst eure ID dazu schreiben. Ihr müsst eure ID dazu schreiben. Ihr könnt einen Brawl Pass Plus gewinnen, wenn wir einen legendären Startup besiehen. ID bitte dazu schreiben. Jeder kann jetzt einen Brawl Pass Plus gewinnen. Bitte ID dazu schreiben. Dann bekommt ihr so Fuß von einem Tennis. Schade, ist leider nichts. Leute, wir sind bald durch. Mit Auge, mit Eiern. Mit Eiern. Soll ich machen? Okay, mal schauen. Wir stehen auf, Leute. Mit Eiern. Nein, nur super selten. Schade. Sagt Lucas Bros, es ist dann öffnen. Oder süchtbare Pommes singen. Leute, süchtbare Pommes. Burger Pommes auf die 1. McDonalds geht zu jeder Zeit. Leider kein Sauberware. So. Schulter, okay. Schulter. Oh, wei. Schade. So, sag einmal Crazy Montium öffne. Leute. Crazy Monti. Was? Legendär. Crazy Monti. Let's go. So. Und jetzt. Oh, Elbrebo Skin. Yeah. Yeah, buddy. So, letzter Startup, Leute. Mach mit Hiles. Mit Hiles von Leon Nice. Der letzte Startup hier. Oh, episch. Egal, wir brauchen eh Münzen. Oh mein Gott. Und wir holen uns den Mortis Skin ab. Pam, pam, pam. Nice. Tatios Mortis hier. Oh, dieser Pin is going crazy in another world. Schwammkopf voll Mauch ab. Also Leute, YouTube Video ist fertig und Dings ist fertig. Mal schauen, was ich da jetzt zusammen cutte. Wir hören. �� chloride. traitor.